Aspasia Aspasia? Den schwarzen Gürtel. Mein Alarmknopf. Benutzen Sie ihn oft? Den Alarmknopf? Nein. Aber er gibt mir Sicherheit. Verstehe. Sie wissen ja nie, mit wem Sie es... Sie es zu tun haben. Das weiß man ganz schnell. Im Allgemeinen sind Männer nicht kompliziert. Äh, soll ich Sie jetzt sofort bezahlen, oder... Haben Sie meine SMS nicht gelesen? Doch, doch, aber ich... Ich hab nicht alles verstanden. Sie stecken das Geld in einen Umschlag und hinterlegen ihn irgendwo. Im Grunde spenden Sie an meine Wohltätigkeitsorganisation. Okay. Wie kommen Sie eigentlich auf den Namen Aspasia? Nun, sie war die erste große Hure. Sie war eine Freundin von Sokrates. Genau. In... In einem von Platons frühen Dialogen fragte Sokrates, was ist Schönheit? Und ein Schüler antwortete, Schönheit ist ein schönes Mädchen. Vielleicht hat er ja sie gemeint. Sie sind sicherlich. Sie sind sicherlich. Sie sind sicherlich. Wie viel sie ist, Sie sind scheiß nah und es ist... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Keine Bewegung! Hände hoch! Das Universum des Geldes ist unendlich groß. Niemand kann Ihnen sagen, wie viel genau davon im Umlauf ist. Wir sprechen hier von Milliarden, wenn nicht Millionen. Das Universum des Geldes ist unendlich groß. Aber jetzt riskieren Sie alles zu verlieren.